Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr herausfindet, wer euch auf Instagram nicht mehr folgt. Wenn euch interessiert, wer euch nicht mehr auf Instagram folgt, könnt ihr das ganz einfach herausfinden. Man kann natürlich selber Buch führen und so herausfinden, wer einem nicht mehr folgt, aber das ist sehr umständlich. Am einfachsten könnt ihr das mit einer App herausfinden. In diesem Falle benutzen wir Unfollowers for Instagram. Diese App könnt ihr ganz einfach im Google Play Store herunterladen. Sobald ihr die App habt, öffnet ihr sie und loggt euch mit eurem Instagram Account ein. Ihr bekommt hier nun verschiedene Einsichten. Ihr könnt zum Beispiel sehen, wie viele Follower ihr aktuell habt und wie viele Likes und Kommentare ihr pro Post bekommt. Weiter unten könnt ihr die Accounts sehen, denen ihr folgt, sie euch aber nicht zurückfolgen. Wenn es Follower gibt, die euch nicht mehr folgen, werden sie euch hier angezeigt. Die App wird in regelmäßigen Abständen geupdatet. Dadurch bleiben die Zahlen immer aktuell. Über welche Instagram Funktionen möchtet ihr mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.